Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Reihe objektorientiertes Programmieren, also Erstellen einer Anwendung, einer Softwareanwendung mit dem Paradigma der objektorientierten Programmierung. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben Objekte erstellt, also hergestellt, instanziiert, wir haben Relationen zwischen diesen Objekten erstellt, wir haben über diese Relationen traversiert und dann haben wir festgestellt, dass das relativ kompliziert wird und dass wir das gerne zusammenfassen wollen. So, und das fassen wir auch zusammen und zwar über den Mechanismus, den wir ganz am Anfang hatten, nämlich die Möglichkeit, an so einen Objekttyp, also sprich an so eine Klasse, Verhalten von so Objekten dran zu programmieren. Und das hatten wir ja gesagt, ja, was ist ich, das ist ein Auto und das hat dann das Verhalten, was weiß ich, beschleunigen, abbremsen und so weiter. Jetzt sind wir aber schon beim Objekteorientierten Programmieren, dann können wir dem auch, sagen wir mal, Verhaltensweisen geben, die jetzt nicht auf den ersten Blick Verhaltensweisen sind, die uns aber weiterhelfen. Und das habe ich an der Stelle ja hier auch schon mal angedeutet, also zum Beispiel sowas, dass man sagt, ja, so eine Stadt hat eine Methode, dass die sich quasi selbst beschreiben kann. Also sprich, die gibt zurück so eine Eigenbeschreibung und das ist ja jetzt kein Attribut, sondern das wird jetzt zur Laufzeit eben zusammengesetzt aus dem, ich liege an diesen Flüssen und ich liege in dem Land und so Zeug. Gut, wenn ich das mache, dann sieht das Ganze nämlich schon ein bisschen freundlicher aus. Also der Hain hier, der hat immer noch einen Vor- und Familiennamen, die gebe ich aus und das ist der geboren in. Und dieses geboren in ist jetzt eine Stadt. Und was habe ich gemacht? Ich habe an dieser Stadt eine Methode deklariert und zwar die GetShortDescription. Schauen wir uns mal an. Sieht so aus, gibt einen String zurück. Und immer wenn Sie mehr als drei Strings oder immer wenn Sie mehr als zwei Strings miteinander verknüpfen, dann sollten Sie sich überlegen, wie Sie das sinnvoll machen, weil das Verknüpfen von Zeichenketten funktioniert nämlich so, man allokiert sich so viel Platz, dass beide Zeichenketten da reinpassen und dann kopiert man die eine an den Anfang und die andere dahinter. Das heißt also, Sie kopieren jedes Mal das komplette Datum. Und wenn Sie das jetzt noch, wenn Sie das mit drei Zeichenketten machen, dann sehen Sie, dann wird es schon spannend, weil dann kopieren Sie nämlich die ersten beiden doppelt. Und wenn Sie das dann mit vier machen, geht das so weiter. Deshalb gibt es hier diesen Stringbuilder. Der Stringbuilder ist eine Hilfsklasse und der kann einfach Zeichenketten sammeln und auf Kommando alle Zeichenketten zusammenpacken. Und was macht der? Der geht dann die Zeichenketten durch, allokiert den Speicherplatz, den er für alle braucht und kopiert jede Zeichenkette genau einmal. So, wie er das intern macht, kann uns wurscht sein. Wir benutzen den einfach. Also es gibt ihn, er heißt Stringbuilder und er kommt bei uns in die Variable SB. Und mit dem Append können wir da jetzt den Namen dranhängen. Und der Rest ist im Prinzip analog zu dem, was wir gerade auf der Konsole gesehen haben. Also wir sind jetzt im Objekt, das heißt, der Name selber ist nachher auch unser Stadtname. Dann hier diese Mimik wieder mit dem First, also gelegen und und und. Und dieses liegt an, da sehen Sie, da ist jetzt kein Punktoperator, nichts mehr. Wir sitzen ja jetzt gedacht in dem Objekt Stadt drin. Und in diesem Objekt Stadt drin gibt es ein liegt an. Und da sind die Flüsse drin. Die haben wir da eben zwar von außen reingestoppt, aber das ist im Prinzip unsere Liste. Und der Rest ist genau wie eben. Also wir machen for each über die Liste. Am Ende geben wir den Flussnamen aus. Und ganz zum Schluss steht hier Return SB to String. Also dieser ganze Stringbuilder soll jetzt intern alles, was er so an Strings eingesammelt hat, in einen großen String zusammenführen. Und dann sehen wir, wird dieser große String einfach auf der Konsole ausgegeben. Das heißt, damit haben wir das Gleiche erreicht, wie mit dem, was da vorher stand. Und diese Mimik kommt ja öfter vor. Damit müsste jetzt unser Code ein bisschen kürzer werden. Also dieses geboren in, also diese Geburtsstadt, ist gelegen in, liegt in, Namen. Also das wäre jetzt quasi wieder unser Deutscher. Also Hein, der ist geboren in, das liegt in und das hat einen Namen. So, dessen Hauptstadt ist und jetzt kommt wieder, was wir eben hatten, also unsere Ketten. Unsere Verkettung, also das ist eine Person, das ist daheim. Die hat ein Property geboren in, das ist unsere Stadt. Die wiederum hat ein Property liegt in, das ist unser Land. Die wiederum, das wiederum hat ein Property Hauptstadt. Das ist also wieder vom Typ Stadt. Also ist jetzt Berlin in unserem Fall. Und der wiederum hat eine Methode get short description. Denn die haben wir eben uns angeguckt, das ist die gleiche wie da oben. Nur halt jetzt von einem anderen Objekt. Ja, das heißt also hier oben, da ist es ja geboren in, wo war Hein geboren? Mal eben schauen hier. Hein ist geboren in Berlin. Gut, da ist die Hauptstadt auch Berlin. Und rufen wir jetzt beides mal an Berlin, das get short description auf. Und beim nächsten sehen wir dann, rufen wir das einmal an Berlin auf und einmal dann an Bielefeld. Das gleiche gilt jetzt auch für die Wohnorte. Bei den Wohnorten ist es ja so, dass jetzt auch wieder diese Schleife über Hein, Woh und Inn. Das sind seine Wohnorte. Dann läuft die Schleife durch. Jedes Mal für jeden Schleifendurchlauf liegt der nächste Wohnort hier in der Variable Wohnort. Diese Mimik kennen wir schon. Also einmal wohnhaft in und ansonsten alles mit und verknüpft. Und jetzt haben diese Wohnorte, kriegen jetzt auch, geben auch die Short description aus. Und hier auch Wohnort liegt in Hauptstadt, gibt auch die Short description aus. So, damit hätten wir ja schon mal das Ganze ein bisschen zusammengeschnupselt. Also es ist schon deutlich kleiner. Und das kann man natürlich jetzt weiter treiben. Jetzt gehen wir hin und sagen, ja, der Klaas, den gebe ich jetzt auch noch aus. Also Vorname, Familienname ist klar, ist geboren in. Und jetzt mache ich jetzt unsere Short description. Und jetzt habe ich hier noch was gelegen in. Und jetzt sage ich, okay, also Klaas, geboren in irgendeiner Stadt, irgendeinem Land. Und jetzt habe ich den Ländern auch nochmal eine Description definiert. Also wenn ich von einem Land diese Description haben möchte, wieder der gleiche Aufbau, Stringbilder, weil es drei Strings sind, die ich jetzt zusammenbastle. Dann kommt ja als erstes der Name. Und dann kommt ja hier dieses, dessen Hauptstadt ist. Ja, und dann habe ich hier einfach auch wieder auf diese Short description zugegriffen. Also in dem Attribut Hauptstadt liegt ja genau die Stadt drin, die Hauptstadt von diesem Land ist. Und dann komme ich mit der Short description, kriege ich einen schönen String. Die hänge ich hier unten alle zusammen. Und wenn ich die alle zusammengehängt habe, dann kommen die hier raus und werden auf der Konsole ausgegeben. Also nichts Gefährliches. So, dann hat er noch ein paar Wohnorte. Auch da gehe ich jetzt wieder hin und sage, okay, also das mache ich ein bisschen kürzer. Dieses Get Description von dem Land, das ist jetzt nicht mehr hier explizit drin, sondern das ist alles in dem Land. Und das Ganze kann man jetzt noch weiter zusammenschieben, indem man halt hingeht und sagt, okay, wir machen hier an die Städte ein Get Description dran, was eben dieses, ich liege in diesem Land und ich liege in diesem Fluss zusammenfasst. Und das ist jetzt auch relativ unspektakulär. Also wir sehen im Prinzip hier, wir holen unsere eigene Kurzbeschreibung und dann holen wir uns eben noch die Beschreibung von dem Land. Und das Land wieder holt sich die Kurzbeschreibung von seiner eigenen Hauptstadt, sodass die dann entsprechend auch hier an der Stelle wieder auftaucht. Und da kann man jetzt auch schon erkennen, warum wir einmal eine Short Description und einmal eine Description brauchen. Weil wenn die Länder eine Kurzbeschreibung ihrer Hauptstadt enthalten und die Städte wiederum eine Beschreibung der Länder, in denen sie liegen, dann wäre das sonst einfach eine Endlosschleife. Weil dann würde die Stadt bei der Eigenbeschreibung die Beschreibung der Hauptstadt abrufen, die Hauptstadt die Beschreibung des Landes, das Land wieder die Beschreibung der eigenen Hauptstadt und so weiter. Und da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Das ist insbesondere dann spannend, wenn man zum Beispiel so Produktstrukturen linearisiert, also im Prinzip auswertet. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht vorwärts und rückwärts gleichzeitig auswertet, weil man nämlich dann auch wunderbar im Kreis läuft. Gut, weiter im Text. Also hier sehen wir, jetzt wird die Description von der Stadt hier direkt ausgegeben. Und ansonsten machen wir das hier mit den Wohnorten wie immer, also wohnhaft in und so weiter. Und dann wird eben auch gleich die Description von den Wohnorten ausgegeben. Ja, dann habe ich nochmal der Person so ein Get-Full-Name spendiert. Da ist völlig unspektakulär, wird einfach Vorname und Familienname zusammengehängt und als String zurückgegeben. Weil das haben wir jetzt auch schon zehnmal gesehen. Hier ist im Prinzip der Rest dann gleich. Und beim Ende, beim Otto sehen Sie, aha, also habe ich jetzt nochmal eine Description für eine Person implementiert. Und wenn man da reinguckt, dann sieht man, naja, was soll da schon drin sein? Da ist dann genau das drin, was wir eben einmal noch als Spaghetti-Code gesehen haben. Also es geht in String-Builder. Dann hole ich mir meinen eigenen Full-Name, weil ich bin ja jetzt, ich bin ja eine Methode von Person. Das heißt also, ich sitze in der Person drin. Also es geht Full-Name, mein eigener voller Name. Dann kommt die Beschreibung meiner Geburtsstadt und dann kommt eben hier die Beschreibung meiner Wohnorte. Das alles landet in diesen String-Builder SB und der gibt es dann eben entsprechend als eine Zeichenkette zurück. Und dann sieht es hier alles ziemlich unspektakulär aus, weil dann ist das nämlich alles auf eine Zeile zusammengeschrumpft. So und so würde man das dann auch versuchen zu implementieren, dass man einfach sagt, okay, ich habe ein Datenmodell. Das Datenmodell beschreibt mir, wie nachher meine Objekte aussehen. Ich habe Relationen als Attribute und über die navigiere ich dann zu der Information. Also wenn ich jetzt immer auf die Idee komme und sage, gib mir doch mal zu meinen Personen nicht die Geburtsstätte aus, sondern das Geburtsland. Dann gibt es eben keine Relation Geburtsland. Sondern dann gibt es eben die Relation zur Geburtsstadt und die wiederum hat eine Relation zu einem Land. Und das ist dann das Geburtsland. Und dann würde ich das einfach ausgeben. Das ist im Prinzip immer der gleiche Aufbau und ja, so macht man das. Und das hinterlegt ist das Ganze dann mit, das werden wir dann, ich glaube in zwei Wochen oder drei Wochen, werden wir das sehen. Hinterlegt ist das Ganze dann mit einer Abfragesprache, die eben auf dieser Objektebene die Sachen miteinander verknüpfen kann. Also wo ich dann nicht nur tatsächlich navigieren kann zu dem nächsten Datum, sondern wo ich beim Abfragen schon sagen kann, gib mir doch mal einfach alle Bewohner von Deutschland. Wo ich dann einfach rückwärts über diese Relation gehe und sage, die Frage ist nämlich dann einfach, gib mir doch mal alle Menschen, bei denen die Geburtsstadt in Deutschland liegt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, für diesen Schnellüberblick, wie man vom Datenmodell in die objektorientierte Programmierung einsteigt. Sie sehen ja, da fehlen auch so ein paar Sachen. Also wir können ja im Prinzip im Moment zum Beispiel die Frage, wer alles in Deutschland wohnt, nur indirekt beantworten, indem wir uns alle Menschen einmal angucken und dann eben schauen, ob die in Deutschland wohnen. Das ist natürlich nicht das, was wir nachher haben wollen, wenn wir auf die Datenbank zugreifen. Das heißt also rückwärts müssen diese Relationen auch nochmal genauso realisiert werden, wie wir das jetzt einmal gemacht haben. Aber ich denke mal so als exemplarischer Einstieg ist es ganz gut, sodass man ein Gefühl dafür kriegt, was passiert da eigentlich unter der Haube und was kann der Compiler dann eben auch entsprechend umsetzen. Und die Unterscheidung, wo das dann nachher lebt, also wir haben ja jetzt im Moment laute Objekte angelegt, die einfach nur im Arbeitsspeicher leben. Das ist ja erstmal nur der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre ja eben entsprechend diese noch in die Datenbank zu schreiben. Und wenn wir jetzt noch einen Blick auf die nächsten Themenblöcke werfen, dann sehen wir, da geht es jetzt erstmal noch darum, wie man eine Benutzungsoberfläche erstellt und wie man eben entsprechend auf diesen Daten effizienter traversiert. Und dann werden wir uns natürlich auch noch darum kümmern, wie man diese Daten tatsächlich in die Datenbank schreibt und dann eben diese Traversierungen auch auf der Datenbank durchführt. Also wie gesagt, nächster Schritt, da geht es erstmal darum, Objekte mit Standardfunktionen zu erzeugen und dann eine Benutzungsoberfläche daraus abzuleiten. Und dann kümmern wir uns um die höherwertigen Funktionen, mit denen wir dann eben kompliziertere Sachverhalte abbilden können. Also wie gesagt, nächster Schritt, da geht es darum, objekte mit Standardfunktionen zu erzeugen.